einen wunderschönen da bin ich mal wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen unboxing ihr seht hier ist mehr hier sind auch noch briefe von google ja das werden wir dann das werde ich vielleicht in dem nächsten video vielleicht geht das mal an vielleicht sage ich mal warum oder weshalb ich weiß es nicht das ist ein ganzer schwung von google aber wir kommen hierzu und das habe ich heute bekommen und zwar das samsung galaxy s 5 neo ja da werde da bestimmt fragen warum weshalb wieso muss denn das jetzt habe ich eine neue karte auch die sehen aber jetzt schicker aus ich habe auch noch mal eine neue karte kriegt letztens hatte beim ersten s5 hatte ich das problem dass sie nicht gepasst hatte da musste ich dann extra mal eine karte zugeschickt bekommen hier sind jetzt sieht das schön schwarz rot aber da in der mitte die kleine ist immer noch weiß finde ich schade da haben wir drei größen jetzt wir haben einfach die große mit vier größen die große haben wir alles dann haben wir hier immer in der mitte das graue was ihr hier seht so die standard karte von früher und dann einmal mit diesem weißen rand ja das ist die etwas größere version und dann ganz kleine version haben wir auch noch brauche ich im prinzip nicht aber gut dass sie da ist obwohl ich am überlegen bin das vielleicht doch mal zu aktivieren so und jetzt kommen wir zum galaxy s 5 packen wir jetzt mal schön aus leider gibt es das s5 neo nicht in weiß deswegen ist aber leicht mein so so leicht jetzt ist es ein stück schwerer ja das habe ich dann in silber bestellt gewöhnungsbedürftig würde ich jetzt sagen ach so der akku war noch gar nicht drin so dann haben wir einmal wenn wir das bei vodafone zb bestellen bekommen wir das s5 neo wir bekommen den akku das ist ein ach die lesebrille wieder verheißen ich bin auch gerade erst drin leute also von daher sorry von hunden soll man fernhalten von blitzen von schraubenziehern vor temperatur minus 45 grad 113 grad fahrenheit feuer soll man auch nicht hätte jetzt nicht gedacht dass man den akku nicht ins feuer schmeißen soll aber okay ich weiß es jetzt mittlerweile man soll den akku nicht ins feuer schmeißen plus minus besteht aber auch nicht wie viel milliampere der hat muss man das nicht eigentlich auf dem akku schreiben ich sehe nicht naja akku haben dann haben wir ein wandadapter der für mich jetzt im ersten augenblick sehr billig aussieht also weiß ich nicht also da finde ich die erste generation von den wandadaptern echt besser also da hat samsung jetzt hier das ist ja absolut also das ist ja billigste schiene ist das ja das ist einfach nur plastik nichts ich habe hier kein klavierlack drum ich habe hier schön samsung logo ja seht ihr das ja aber kein vergleich zu der ersten generation da ist noch mit klavierlack und und wartet mal das zeige ich euch also der fest sich so werdet da gleich gucken also der fest sich hier wesentlich wertiger an der ist total leicht der ist ein stück schwerer wir haben hier zum beispiel da samsung grau geschrieben dass man es vernünftig erkennen kann der ganze ding ist hier im klavierlack und das andere ist hier der neue ist matt hier guckt mal rinde so sieht der anschluss da aus und so sieht er da aus ja also wiss ich nicht selbst von der reihen von nach haptik vom ersten angucken sieht das weniger hochwertiger hochwertig aus als beim normalen s5 finde ich sehr sehr schade ach hier haben wir schon wieder in-ears in-ears die packe ich auch nicht aus die können bei mir zugepackt bleiben die interessieren mich in jacke wie hose denn für die in-ears noch diese gummidinger interessiert mich auch nicht weil in-ears sind für mich scheiße ich mag die nicht ich finde die scheiße der ladekabel selbst der ladekabel hier der ist wesentlich dünner als beim normalen s5 auch so der anschluss sieht sauber verarbeitet und fest aus aber ich habe hier nicht ich habe nicht das gefühl hier was wertiges in der hand zu halten musik muss ich sagen ist wirklich so also da habe ich beim normalen s5 das fest sich viel wertiger an das ist das sieht aus wie billig ich den hier klatscht also vom optischen her weil ich bin gewöhnt dass das hier schön klavierlack ist und hier samsung war grau und das sieht jetzt von der form sieht es genau so aus wie das alte aber dadurch das hier das samsung nicht und das ist so leicht also der ist wesentlich schwerer wenn ich den hier halte und ja also der alte der ist wesentlich schwerer also ich habe hier irgendwie das gefühl ich habe hier kinderspielzeug in der hand also finde ich nicht toll aber ich musste ja ein handy haben und bin immer noch überlegen ich wollte eigentlich das edge aber das edge ging nicht weil beim edge kann man den speicher nicht erweitern deswegen habe ich mir das geholt dann kriegen wir hier noch die garantie karten und warning card und hast du nicht gesehen kriegen wir noch dazu ja und dann würde ich sagen dann ist das für das unboxing hier jetzt auch erstmal erledigt dann würde ich sagen dann sehen wir uns gleich wieder im hardware video wenn wir uns die hardware dann mal genauer angucken und ich auch mal das an mache und mir das display angucke und dann gucken wir uns mal von den größenverhältnissen das s5 und das s5 neo an bis dahin würde ich mich erstmal verabschieden ahoi sagt euer odin ja